Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, mein Name ist Aaron. Ich habe über die letzten Monate und Jahre hier verschiedene Dividenden-ETFs vorgestellt. Dividenden-ETFs kauft man, weil man vielleicht den ein oder anderen Prozentpunkt mehr an Ausschüttung bereits erzielen möchte im Vergleich zu einem klassischen MSCI World, zu einem Weltportfolio, wo höchstwahrscheinlich eine 0 oder eine 1 vor dem Komma stehen. Nach all den Vorstellungen komme ich letztendlich zurück zum ersten Dividenden-ETF, den ich hier vorgestellt habe. Im September 2017 habe ich ein Video darüber gemacht und meine erste Position eröffnet im Spider S&P US Dividend Aristocrats ETF. Inzwischen ist dieser Wert meine viertgrößte Position geworden und für meine Begriffe hat dieser ETF zwei entscheidende Vorteile, auf die ich heute eingehen möchte, die letztendlich der Grund sind, warum ich ihn immer höher gewichte und er quasi perfekt in mein Portfolio passt und ich glaube auch der perfekte ETF für viele, viele andere, insbesondere jüngere Anleger ist. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Es gibt viele Vorurteile gegenüber Dividenden-ETFs, grundsätzlich gegenüber der Dividenden-Strategie und da ist natürlich an dem ein oder anderen Vorwurf auch was dran. Wenn man nur auf die Höhe der Dividende schaut, auf die Höhe der Dividenden-Rendite, dann führt das häufig zu einer katastrophalen Underperformance. Da gibt es auch Dividenden-ETFs, wo es einfach nur darum geht, da werden viele Werte zusammengepackt, die einfach eine hohe Dividenden-Rendite haben, wo man dann auf Durchschnittsrenditen kommt von 6, 7, 8 Prozent teilweise. Schaut man sich aber die Kursentwicklung von diesen ETFs an, dann geht das oft nur gen Süden und man hat ja den Total Return, also nimmt man die Dividenden-Rendite plus die Kursentwicklung oder die Kursrendite zusammen, dann hat man oft eine deutlich schlechtere Rendite als mit einem klassischen MSCI World. Aber es gibt auch viele, viele Angebote, da ist es nicht so, dass man es ausschließlich auf die Höhe der Dividenden-Rendite setzt und ich habe mal zwei ETFs rausgesucht, die ebenfalls in der Community sich sehr großer Beliebtheit erfreuen und die einen kleines bisschen anderen Ansatz haben, ich aber dennoch anhand dieser beiden ETFs zeigen kann, was so ein bisschen mein Problem auch damit ist und warum ich mich insbesondere auf den Spider S&P US Dividend-Aristocrats fokussiere. Da haben wir einmal den Vanguard FTSE All World High Dividend Yield, ist quasi weltweit gestreut, den kennen alle, ist ein riesiger ETF, habe ich auch im Portfolio, hat 2,7 Milliarden Fondsvolumen, ist ein riesiges Teil und dann haben wir den Fidelity Global Quality Income ETF, der ist noch relativ neu, hat auch nur 250 Millionen, also ist jetzt nicht ganz klein, aber nur 250 Millionen im Portfolio, der erfreut sich ebenfalls sehr großer Beliebtheit. Okay, was sind die Probleme, die ich mit diesen ETFs habe, beziehungsweise was sind die Vorteile des Spider S&P US Dividend-Aristocrats ETFs? Fangen wir mal an mit der Zusammensetzung. Bei so einem klassischen hier Vanguard FTSE All World, da haben wir die zehn größten Positionen, sind 13,37%, okay, kurze Schweigeminute für die Zahl, was wir an Gewichtung haben, alles gut und schön. Ich möchte auf einen anderen Punkt hinaus und zwar hier auf die Sektorgewichtung. Wir haben es sehr häufig, dass wir bei Dividenden-ETFs insbesondere die Finanzdienstleistungen, also Banken und Versicherungen und auch teilweise, ja wo es etwas riskantere Kreditgeschäfte getätigt werden und so weiter, die sind sehr hochgewichtet. Da haben wir hier beispielsweise fast 25% drin und was auch häufig sehr hochgewichtet ist, das ist beispielsweise Öl, Gase, so Energie, Mining-Unternehmen und sowas, da haben wir hier nur 8,83% drin. Das ist eine der Problematiken, die man so ein bisschen hat, weil insbesondere der Finanzsektor, aber auch Öl, Gas, Energie, der Sektor ist, die sind durchaus sehr zyklisch und da passiert es, dass gerade in einem Abschwung ist es häufig der Fall, dass diese Werte besonders katastrophal abstürzen. Das ist ein Grund, warum viele Privatanleger, Banken grundsätzlich meiden. Das sehen wir auch, wenn wir auf den zweiten ETF gucken, bei dem Fidelity Global Quality Income, schauen wir uns da die Zusammensetzung an, da haben wir was? Da haben wir hier, okay, wir haben es nicht so, dass hier der Finanzdienstleistungssektor so übergewichtet ist, hier haben wir den Bereich Technologie relativ weit oben. Und zwar haben wir hier die Situation, dass hier Apple und Microsoft die beiden mit Abstand höchsten gewichtetsten Positionen sind. Okay, wir haben hier in diesem ETF nicht so das Problem, dass die Finanzdienstleistungen sehr hochgewichtet sind oder dass hier Öl und Gar, also Ölunternehmen besonders hochgewichtet sind, aber wir haben stattdessen einfach eine Apple und eine Microsoft drin. Und es ist so, dass gerade wenn man sich so Dividenden-ETFs mit ins Depot reinlegt, man sollte immer so ein bisschen die Positionen, man sollte sich mal angucken, was in diesen ETFs eigentlich drin ist. Und es ist wahrscheinlich so, dass in dem Großteil aller klassischen Portfolios sind Apple und Microsoft so oder so übergewichtet. Das heißt, oder übergewichtet, haben eine sehr hohe Gewichtung bereits. Das heißt, du hast einen klassischen MSCI World, du hast einen S&P 500, du hast einen NASDAQ-ETF drin. Dann hast du überall als größte Positionen eine Apple und eine Microsoft drin. Oder aber du bist, vielleicht hast du auch einige Einzelpapiere, was für Werte haben die meisten Privatanleger im Depot. Da musste ich hier mal eine Umfrage machen. Da gibt es viele Umfragen, da hast du natürlich meistens drin eine Apple, eine Microsoft. Aber schauen wir uns mal die anderen Werte an. Wie viele Privatanleger, die auf Dividenden schielen, für die so ein Dividenden-ETF attraktiv ist, haben auch eine Procter & Gamble, eine Chevron, eine Home Depot, eine Nestle oder eine Pfizer im Depot. Und das sehen wir auch hier bei dem FTSE All World High Dividend Yield, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Exxon, JP Morgan, da hat jetzt vielleicht nicht jeder im Depot, eine Nestle, eine Home Depot, Chevron, Pfizer, Appy, Roche. Das sind alles Werte, die man sowieso im Depot hat. Das heißt, diese beiden ETFs sorgen nicht unbedingt dafür, dass man jetzt irgendwie eine etwas breitere Streuung hat oder dass man mal ein paar Unternehmen im Depot hat, die man sonst noch nicht hat, sondern eigentlich die Werte, die du sowieso schon im Depot hast, holst du dir in diesem ETF nochmal gebündelt dazu, mit dem Unterschied, dass du da, was hast du hier an laufenden Kosten, 0,29 oder hier hast du an laufenden Kosten 0,4% Gesamtkostenquote. Das heißt, du kaufst dir eigentlich Werte, die du sowieso schon im Depot hast, teilweise auch schon sehr hoch gewichtet hast, mit einer ordentlichen Kostenquote dazu. Natürlich, wenn man jetzt gar keine, nicht auf Einzelaktien setzt, ist das eine super Sache. Wenn du aber sowieso den ein oder anderen ETF hast und du hast auch ein paar Einzelwerte im Depot, erfreust dich an steigenden Dividenden und hast du dann genau was für Werte hast du drin? Natürlich, du wirst halt solche Werte wie Apple, Microsoft, eine Procter & Gamble und so weiter und so fort im Depot haben. Also das ist eins der, ich sag mal, größten Probleme, die ich mit solchen klassischen Dividenden-ETFs habe. Es sind trotzdem tolle Werte, kann man kaufen, du hast ja die Standardwerte in diesen beiden ETFs drin. Es gibt aber noch ein anderes Problem, was ich mit diesen ETFs habe und das ist die Ausschüttungsrendite bzw. die Kontinuität und die Steigerungsrate. Und zwar die meisten Anleger oder Privatanleger hier auf diesem Kanal sind zumindest noch relativ jung und da erfreut man sich insbesondere von langfristig steigenden Dividenden. Das heißt, man will idealerweise einen ETF haben, der vielleicht nicht ganz so hohe Ausschüttungsrendite am Anfang hat, aber der soll die Dividenden gefälligst nicht senken und die sollen schön Jahr für Jahr ordentlich erhöht werden. Und was ist das Traum-Szenario? Du hast alle 10 Jahre eine Verdopplung, das ist immer so eine Sache, das ist eine coole Sache. Du bist Anfang 20 und so ein ETF schafft es oder so ein Unternehmen schafft es, alle 10 Jahre die Dividende zu verdoppeln. Tolle Sache. Jetzt schauen wir uns mal hier an beim FTSE All World. Da haben wir zum Beispiel die Situation gehabt, hier im Jahr 2020 ist die Dividende ordentlich gekürzt worden. Es gab es weltweit, sind bei vielen Unternehmen die Dividenden heftig gekürzt wurden und teilweise ganz gestrichen wurden und das ist hier in diesem ETF quasi auch abgebildet. Wir haben hier eine Kürzung von 1,68 auf 1,41 Euro. Das ist in diesem ETF hier nicht der Fall gewesen. Hier muss man sagen, dass das Ganze weiter gestiegen ist, 12, 14, 15, 18, 19 Cent. Das ist wie am Schnürchen weiter gestiegen. Allerdings ist dieser ETF noch relativ jung. Da weiß man auch nicht genau, wie sich das langfristig entwickeln wird. Hier gibt es noch nicht so die lange Historie. Also grob zusammengefasst, man sollte darauf ein bisschen achten, was für Werte hat man in diesem ETF drin und wie hoch ist die Sektorverteilung. Häufig hat man bei diesen High Yield Dividenden ETFs eine sehr hohe Gewichtung des Finanzdienstleistungssektors oder insbesondere von so Energiebereichen. Und dann ein bisschen abgleichen, was für Werte hat man ansonsten im Portfolio? Hast du schon S&P 500, Nasdaq hochgewichtet und so weiter und so fort. Dann hast du hier mit dem Fidelity Global Quality Income große Klasse. Dann hast du nämlich nochmal Apple und Microsoft am höchsten gewichtet in diesem ETF drin. Und Punkt Nummer 2, dass das bei ETFs leider häufig der Fall ist oder bei Dividenden ETFs häufig der Fall ist, dass die Ausschüttungen einfach nicht konstant steigen. Dann bleiben die mal über ein paar Jahre konstant. Dann wenn mal eine Krise ist, dann sinkt das Ganze auch mal. Das kann dir alles passieren. So und dann kommt der Spider S&P US Dividend Aristocrats. Und hier fangen wir mal an mit der Zusammensetzung. Was haben wir hier drin? Die Zusammensetzung erstmal, wir haben hier trotz einem Dividenden ETF haben wir hier die größte Position sind Versorger, Basiskonsumgüter, Industrie und dann kommen erst Finanzdienstleistungen. Das sind alles Bereiche, die man nicht so in den großen klassischen Dividenden, in den großen klassischen ETFs hochgewichtet hat. Was haben wir hier nämlich zum Beispiel Technologie haben wir hier mit 3,25% drin. Da sind sogar Immobilien mit 4,42% höher gewichtet. Also die Sachen, die in den so klassischen ETFs besonders hochgewichtet sind und wahrscheinlich in vielen klassischen Portfolios mit einer Apple, mit einer Microsoft, ach auch ansonsten, was hat man auf dem Depot? Eine Alphabet, eine Meta, eine Amazon und so weiter und so fort hat man vor allem Technologiewerte drin. Und das ist hier einfach mal anders. Hier ist es nicht so, dass Technologie so hochgewichtet ist. Hier haben wir nur 3,25%. Und ansonsten schauen wir uns die Werte mal an. Okay, wenn man hier jetzt die ersten anguckt, da kennt man schon noch einige. Aber ich habe mir mal die Gesamtzusammensetzung angeguckt und da ist es einfach so, ich muss sagen, dass ein Großteil der Unternehmen, die hier drin sind, die kenne ich gar nicht. Das sind teilweise ultra unbekannte Unternehmen. Klar, du hast auch hier eine Chevron dabei, eine Exxon hast du drin, eine 3M hast du drin. Aber ansonsten sind hier so viele Unternehmen dabei, da habe ich noch nie was von gehört. Also es ist super spannend, was hier für Unternehmen dabei sind. Und es ist einfach mal so, dass man nicht den Technologiesektor so extrem hochgewichtet hat und man hat einfach auch mal, ich sage mal, ein bisschen unbekanntere Unternehmen im Portfolio. Und das liegt in diesem ETF. Und das liegt vor allem an einer Sache, dieser ETF hier, der geht nicht hin und guckt, okay, ich suche das oder das Repertoire, aus dem die Werte ausgewählt werden, sind nicht nur der S&P 500 oder so die größten, die Large Caps, sondern hier geht man auf den sogenannten S&P Composite 1500 Index ein. Und das sind in den USA, da hast du die 500 Größen, den S&P 500, den kennt man, dann den S&P 400, das sind die Mid Caps in den USA und den S&P 600 noch dazu und das sind die Small Caps in den USA. Das heißt, dieser ETF sucht nur aus den USA, aber da nicht nur aus den Large Caps, sondern aus den Small, Mid und Large Caps raus. Das heißt, hier hat man auch mal Mid und Small Caps mit drin in diesem ETF. Und das ist erstmal eine Besonderheit, die man sonst nicht hat. Und man hat hier eine Zusammensetzung, die man einfach so, das sind einfach nicht so die klassischen Werte, die man auch sonst sowieso schon im Portfolio drin hat. Und insbesondere ist der Technologiesektor mal nicht so hoch gewichtet. Und der zweite Punkt sind die Ausschüttungen. Und die Ausschüttungen, natürlich, es liegt daran, die steigen hier Jahr für Jahr. Das muss auch so sein, weil in diesem ETF die Anlagestrategie ist nur, dass da Zugang zu Titeln, deren Dividenden in den letzten 20 Jahren aufeinander folgend gestiegen sind. Das heißt, es muss hier so sein, per Definition, dass die Ausschüttungen Jahr für Jahr steigen. Weil wenn ein Unternehmen die Dividende nicht erhöht, it's time to say goodbye. Das heißt, hier muss die Dividende, die Ausschüttung jedes Jahr steigen. Und ich habe mir es mal über die letzten Jahre angeguckt. Das sind hier die Ausschüttungen und wir haben hier auch die Situation von 2018 mit 95 Cent. Das ist immer konstant weiter gestiegen, jetzt auf 1,34 drauf. Und das Schöne ist auch, diesen ETF gibt es schon ein kleines bisschen länger. Ist auch spannend, ich habe hier der Groß, der hat hier ein Fondsvolumen von 4,3 Milliarden. Das heißt, der ist größer als der FTSE All World. Der hat nur 2,7 Milliarden. Also das Ding, das ist wirklich groß. Hier ist wirklich verdammt viel Geld drin mit 4,3 Milliarden. Und ich habe mir, ich habe es hier mal ausgerechnet. Im Jahr 2012, wenn wir hier die Werte zusammenrechnen, gehen wir mal rüber hier, wenn wir die zusammenrechnen, dann kommen wir auf eine Ausschüttung von 61 Cent. 61 Cent hat man im Jahr 2012 bekommen, wenn man diesen ETF hatte. Ich glaube im Jahr 2015 waren es dann schon 75 Cent und so weiter und so fort. Und jetzt reden wir über 1,34, aber schaut man sich die Ausschüttungen an, dann wird es wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr sein. 1,35, 1,36 oder sowas werden wahrscheinlich ausgeschüttet werden. Vor 10 Jahren, im Jahr 2012, ganz so weit noch nicht zurück, im Jahr 2012 gab es 61 Cent und jetzt gibt es 1,35, 1,36 oder sowas. Das heißt, wir haben mehr als eine Verdopplung. Genau genommen, habe mal einzelne Werte rausgenommen. Es ist fast immer so, dass es im Schnitt, in einem Dreijahreszeitraum um 9% pro Jahr wächst. Und 9% pro Jahr heißen 120% aller 10 Jahre. Das heißt, du hast hier einen ETF, wo du im Schnitt so Ausschüttungsrenditen hast, initial von irgendwas zwischen 2, 2,5 mal auch knapp 3%, je nachdem wie der Kurs gerade steht, wie die aktuelle Börsenlage ist. Und du hast einen ETF, der es schafft, wo die Werte, die dem Ganzen zugrunde liegen, Jahr für Jahr um im Schnitt 9% wachsen. Und das ist doch letztendlich genau das, was die meisten Privatanleger suchen, die auf ein bisschen mehr Ausschüttung setzen, die nicht einen klassischen MSCI World nur haben wollen, wo du halt deine 0,9 oder vielleicht 1,1% Dividendenrendite hast, sondern du hast hier einen ETF, der hat ein kleines bisschen mehr Ausschüttungsrendite initial, also in etwa das Doppelte von so einem klassischen MSCI World, bis teilweise hier 2,7%, auch noch ein kleines bisschen mehr, was man hat. Und der schafft es Jahr für Jahr, seine Dividende, die Ausschüttungen an die Aktionäre zu erhöhen und das um im Schnitt 9%. Das ist doch letztendlich, wenn ich überlege, nach was suche ich, ja so ein bisschen was über 2% Dividendenrendite und wenn ich so alle 10 Jahre die Verdoppelung habe, dann ist es ein Traum. Und genau das macht diese Dividenden-ETF. Und das Schöne ist noch dazu, dass der quasi auch sehr schön einfach dazu gekauft werden kann, zu einem MSCI World oder zu so einem klassischen Weltportfolio, einfach weil die Zusammensetzung eben mal anders ist. Es ist nicht so, dass Apple, Microsoft und die ganzen Technologieriesen hier das Gros des Unternehmens des ETFs ausmachen. Technologie macht hier nur 3,25% aus. Und ihr könnt euch, ich packe den Link, wo ihr euch das angucken könnt, was da so drin ist, packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Da sind so viele Werte auch mal dabei, die man sonst nicht klassisch im Portfolio hat. Das heißt, das ist wirklich mal, man könnte sagen, eine zusätzliche Diversifizierung, weil es eben nicht bedeutet, du kaufst ein ETF dazu, dass du deine Gewichtung von Apple, Microsoft und dem gesamten Technologiesektor noch weiter erhöhst. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe, mein Portfolio ist relativ breit aufgestellt. Ich habe natürlich auch das ein oder andere Technologiewert drin, natürlich insbesondere eine Apple und eine Microsoft. Und da ist dieser ETF für mich eigentlich das, wo ich sage, der passt perfekt rein. Bei diesem ETF habe ich immer das Problem, Apple, Microsoft und einen Großteil der anderen Werte habe ich sowieso schon im Depot. Und bei dem ist es ganz genau das Gleiche. Bei dem All World, na die Werte hat man eigentlich als Dividendeninvestor sowieso schon im Depot, wenn die Bewertung denn mal passt. Von daher, für meine Begriffe, ein wunderbarer ETF. Ich habe ihn vor 5 Jahren das erste Mal vorgestellt. Und eigentlich ist der einfach nur perfekt. Man könnte ihn vielleicht benennen als den klassischen Dividendensteigerungsstrategie ETF. Von daher insbesondere für junge Anleger, die auf die Steigerung der Dividende setzen. Absolut genial. So, so viel von meiner Seite. Mich würde interessieren, siehst du das ähnlich? Natürlich vervollständigt der eigentlich so ein bisschen, wenn man auf ein bisschen mehr Dividenden setzen will, so ein Portfolio. Oder erkennst du vielleicht noch eine gute Alternative? Ich für meinen Teil habe beschlossen jetzt, wenn ich Dividenden-ETFs kaufe, dann kaufe ich bei dem ETF zu. Lange Rede, kurzer Sinn. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.